Und ich guck welche ich nehme. Die untersten Beine schätze ich ja mal. Die untersten Beine. Dann zieh ich den einfach... ...dort rein. Den mach ich... ...vorne. Den zieh ich so durch. Wie geht das um? Die schneiden sich ein bisschen das Kacke. Ähm... So vielleicht... Ich glaube so ist besser. Ja. So sieht es ein bisschen besser aus. So. Genau. Und hier kommen sie dann raus. Die zwei Dinger. Ähm... ...den obersten... ...den obersten. Hier warte mal. Ich hab vier. Und dann sind es nur noch drei. Dann brauch ich den noch gar nicht. Bin ich bescheuert. Die zwei habe ich ja sowieso verbunden. Jetzt hier. Und den da. Dann werde ich das... Nein. So. Drei. Den obersten. Zieh dort hin. Den mittleren. Zieh dort hin. Wie sieht denn das aus mit dem überschneiden. Ist noch okay. Gut. Ja. Warte. Ich brauche es jetzt. Kontraproduktiv. Aber... Es ist leider erstmal nicht anders zu machen. Glaube ich zumindest. Wenn ihr irgendwie bessere Vorschläge habt. Dann... Sagt mir das. Na komm. Ich schwitze von hier. Ich schwitze von hier. So ist okay. Gut. Dann haben wir das wenigstens so ein bisschen gemacht. Erstmal. So. 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 Ich guck mal ob das überhaupt reicht mit dem Weg da. So. 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 Wie viel sind das. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5... So. Es gibt es. jah. Alles klar. So. So. Und das ist jetzt nochmal eine kleine Geschichte. hier die ich erst mal zusammen bastle so ich muss ja auch gucken dass das passt so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 das hätte ja noch 1 weiter gehen können dann hätte es mich tierisch gefreut aber warum 1 2 3 4 hier hält mir der abgrund schon ok 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ok das machen wir bis dort hin 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 dann haben wir die Förderbänder wenigstens schon mal den strom haben wir auch schon da müsste auch schon was laufen oder auch nicht ach ne da vorne finde ich ich habe nur zwischenzeitlich mal ein paar Förderbänder schon gelebt aber da unten müsste schon kohle drin sein jetzt oder auch nicht bin ich geil ich habe noch keine stromverlegung bis zum ende gemacht ich bin auch schlau 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 jetzt müsste aber strom drauf sein jetzt müsste aber strom drauf sein oder? ja strom ist drauf Bei dem da vorne auch? Ja. Sehr gut. Da kommt die Kohle! Juhu! Das Förderband ist... Wollt ihr mich verarschen? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Genau, eins zu viel wie immer. Das reicht. Und das müsste auch reichen. Jetzt brauche ich aber noch ein bisschen. Ich gehe mal kurz hoch. Schaue mir das Spektakel mal an. Ups. So, da kommt schon Kohle an. Sehr schön. Bei dem mittleren kommt auch schon Kohle an. Und bei dem obersten da ist auch Kohle. Geil! Geil! Das kann ich alles noch schön splitten, ey! Uuuuh! Verdammt! Das wird geil! Wenn das erstmal da vorne ist. Oh! Ich kriege schon fast Gänsehaut hier. Weil es halt so gut klappt. So, die Straße werde ich auf jeden Fall noch fertig machen. Bevor ich dann die Aufnahme endlich beende. Aber was heißt endlich? Oh! Ich habe ja schon ein bisschen was gemacht hier wieder. So ist es ja nicht. So, zack! Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. So ein paar Leitungen müssen wir schon noch liegen. Zu teuer haben wir nicht, alles klar. Wir haben komplett alle Eisenplatten. Also alle verstärkten Eisenplatten aufgebraucht. Jetzt latschen wir erstmal nach Hause. Holen uns noch mehr verstärkte Eisenplatten. Und dann... Dann geht's bald los! Ich werde auf jeden Fall ein paar... ...brauchen. Ein paar tausend wahrscheinlich. Ei, 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 ei. Ein paar tausend, das wäre zu viel. Aber egal. Die Kohle ist es wert. Und wenn ich dann noch ein bisschen an der Werkbank stehen muss. Und da die ganzen Dinger fertig machen muss. Ich werde dann nach... Ich ziele durch. Zum Glück brauche ich dann nur noch die Förderbänder hier. Den Rest habe ich ja schon alles. Das ist doch super. Das ist doch schick. Okay. So. Haben wir ja fast geschafft. Da ist ja unsere Station schon. Unser Raumlift. Hier müssen wir auch noch ein bisschen verbinden dann wieder. Aber das passt dann schon. Und dann kann ich die noch bauen? Ja, die kann ich noch bauen. Okay. Okay. Dann werde ich... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso. Achso. So. 1, 2, 3, 4, 5. Direkt. Und bis zu dieser Kante hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt auf jeden Fall schon mal. Aber ich bin gespannt wie das dann läuft hier. Beton brauche ich ja jetzt gerade erstmal auch nicht. Beziehungsweise wenn dann nur für das hier. Zum 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 Mauern. Da müssen wir ordentlich wieder was gesammelt haben schon. Verstärkte Eisenplatten. Müssen wir mal gucken wie viele wir da oben haben. Ansonsten müssen wir halt... Eisenplatten nochmal ein bisschen popeln. Aber... Das läuft schon. Das kriegen wir alles hin. So. Dann schauen wir mal wie viele haben wir denn da. Auch läuft es flüssig hier. Joa... Machen wir schon ein paar da. Das hier auch. Nehme ich alles gern mit. So. Da sind Schrauben. Nehme ich mir auch mal ein paar raus. Eisenplatten haben wir auch ein paar jetzt dabei. So. Gut. So. So. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Verstärkte Eisenplatten herzustellen. Neh. Tut mir ja leid. Aber muss sein. Brauchen tun wir dir. Ich würde es ja anders machen wollen. Aber... Dafür sind die Constructor ein bisschen zu lahmarschig. Wobei ich mir schon überlege ob ich das vielleicht auch nochmal ein bisschen splitte. Muss ich mal schauen. Muss ich mal schauen. Muss ich zwar wieder ein bisschen umbauen. Aber... Ich denke ja mal da habt ihr ja nichts dagegen wenn ich das ein bisschen umbaue wieder. Hier müsst ihr bloß zugucken. Und dann passt das schon. So. 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 250 haben wir gleich. Mal schauen. Das allererste Schrauben die ausgehen werden denke ich mal. Oder? 24 brauche ich ja immer. Aber es können auch die Eisenplatten sein. Mal schauen. Mal schauen was zuerst ausgeht. Was glaubt ihr? Achtmal der Wette. Um ein Bier oder so. Keine Ahnung. Was geht zuerst weg? Eisenplatten oder Schrauben? Ohne zu rechnen. Aber ich sehe es schon. Hätte ich mal früher machen sollen. Aber egal. So. Dann haben wir wenigstens über 300 verstärkten Eisenplatten. Damit können wir was anfangen. Hoffen wir mal. Das hat auch reicht. Warten wir mal. Jetzt kann ich hier nochmal bestimmt stöbern. Oder? Ja. 12 Cent. 12 Cent.